Finanzmarktwelt präsentiert den XDB-Morgenticker vom 22. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Während der Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum notierten die Indizes niedriger, mit Ausnahme des japanischen Marktes, wo der Nikkei 225 um 0,30 Prozent zulegte. Die chinesischen Indizes fielen um 0,4 Prozent, der australische S&P ASX 200 lag knapp unter der Null-Prozent-Schwelle, ähnlich wie der indische Leitindex Nifty Fifty. In der ersten Tageshälfte gehört der japanische Yen zu den schwächeren Währungen, während der US-Dollar zu den stärkeren zählt. Das Währungspaar US-Dollar gegen japanischen Yen erholt sich und steigt um 0,50 Prozent auf 148,900. Laut 85 Prozent der befragten Ökonomen wird die japanische Notenbank Bank of Japan die Negativzinsen im Jahr 2024 beenden, gegenüber 63 Prozent in der Oktober-Umfrage und 52 Prozent im September. JP Morgan geht davon aus, dass die britische Notenbank Bank of England die Zinsen im vierten Quartal 2024 um 50 Basispunkte senken wird, während zuvor eine Zinspause für das gesamte Jahr 2024 erwartet wurde. Nvidia veröffentlichte seine Ergebnisse für das letzte Quartal nach der gestrigen Sitzung. Die Ergebnisse waren deutlich besser als die Markterwartungen. Dennoch verloren die Aktien des Unternehmens nachbörslich 1,7 Prozent, da das Unternehmen für das vierte Quartal des Jahres deutlich geringere Chip-Verkäufe nach China erwartet. Die israelische Regierung hat heute in einer wichtigen Abstimmung ein Abkommen zur Freilassung von etwa 50 Geiseln gebilligt, die am 7. Oktober bei einem Terroranschlag der Hamas in den Gazastreifen entführt worden waren. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Frauen und Kinder in Gruppen von 12 bis 13 Personen pro Tag. Auf dem Edelmetallmarkt beobachten wir heute moderate Anstiege. Gold gewinnt 0,09 Prozent und notiert knapp unter der Schlüsselzone von 2.000 US-Dollar pro Unze. Silber gewinnt etwas mehr und steigt auf 23.700 US-Dollar. Auf dem Markt für Kryptowährungen ist eine Erholung zu beobachten. Bitcoin steigt um 1,90 Prozent und notiert bei 36.450 US-Dollar. Bitcoin wehrt sich gegen weitere Rückgänge und prallt von der Schlüsselzone auf dem Niveau von 35.700 US-Dollar ab. Die wichtigste Kryptowährung konsolidiert sich weiterhin zwischen diesem Niveau und der oberen Grenze bei 38.000 US-Dollar. Ethereum steigt um 2,80 Prozent auf das Niveau von 1.990 US-Dollar. Kleinere Coins erholen sich ebenfalls. Der Markt atmete auf, nachdem Binance sich mit dem US-Justizministerium und der US-Terminmarktaufsicht CFTC auf einen Vergleich in Höhe von 4 Milliarden Dollar geeinigt hatte. Der Vergleich beinhaltet die Offenlegung von Registern und Büchern durch Binance unter 5-jähriger Aufsicht. Ein weiterer Teil des Vergleichs ist der Rücktritt des Binance-CEO Shangpeng CZ Cao, was zur Aussetzung aller Anklagen und Verdächtigungen durch die genannten Behörden führt. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.